Was sind einige Symptome von niedrigem Blutdruck? Zu den Symptomen eines niedrigen Blutdrucks kann alles gehören, von feuchter Haut bis zu Schmerzen in der Brust, abhängig von der Ursache des Blutdruckabfalls, dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten und einer Reihe anderer Faktoren. Auch als Hypotonie bezeichnet, kann ein niedriger Blutdruck zu einem medizinischen Problem werden, wenn der Blutdruck so niedrig fällt, dass Organschäden auftreten. Für Menschen, die nach einem schweren Trauma unter Schock stehen, kann es stahl abfallen und eine unmittelbare Gesundheitsgefahr darstellen. Es gibt eine Reihe von Behandlungen für diesen Zustand. Auch als Hypotonie bezeichnet, kann ein niedriger Blutdruck nach einem Blutverlust, während einer Herzinsuffizienz und zu anderen Zeiten auftreten. Einige Menschen haben einen chronisch niedrigen Blutdruck ohne Symptome und er gibt keinen Anlass zur Sorge, obwohl er auf der Patientenkarte vermerkt ist. Sobald sich Symptome entwickeln, kann dies zu einem ernsthaften medizinischen Problem werden. Schwindel, Ohnmacht, Übelkeit und feuchte Haut sind allesamt Symptome eines niedrigen Blutdrucks. Andere Symptome eines niedrigen Blutdrucks können Konzentrationsstörungen, Bewusstseinsstörungen, Übelkeit, Depressionen, Durst und Lache oder schnelle Atmung sein. Diese Symptome treten auf, weil der Körper nicht ausreichend mit Blut versorgt wird und die Organe nur schwer genug Sauerstoff bekommen, um zu funktionieren. Neurologische Symptome wie Schwindelanfall treten aufgrund des hohen Sauerstoffbedarfs im Gehirn zuerst auf. Bei einer als posturale oder orthostatische Hypotonie bezeichneten Erkrankung tritt beim Aufstehen ein Blutdruckabfall auf, weil die Systeme in ihrem Körper, die den Blutdruck regulieren und Positionsänderungen ausgleichen sollen, nicht funktionieren. Bei diesen Personen treten im Stehen niedrige Blutdrucksymptome auf. Andere Menschen können aufgrund von Blutverlust, Organversagen und einer Vielzahl anderer Erkrankungen, die mit Symptomen wie Krampfanfällen, Brustschmerzen, stark riechendem Urin- und Atembeschwerden einhergehen, einen niedrigen Blutdruck entwickeln. Wenn Menschen Symptome eines niedrigen Blutdrucks bemerken, sollten sie einen Arzt aufsuchen. Ein Arzt kann eine Bewertung durchführen, um festzustellen, warum der Blutdruck niedrig ist, und kann Behandlungsoptionen einschließlich Medikamenten anbieten. Es ist besonders wichtig, wenn die Symptome sehr schnell eintreten oder schwächer werden. Langfristig niedriger Blutdruck kann die Funktion von Organen wie Nieren, Herz und Gehirn beeinträchtigen. Dies kann sich zu einem dauerhaften Schaden entwickeln, wenn es nicht angesprochen wird. Bei Menschen mit niedrigem Blutdruck in der Vorgeschichte kann die Entwicklung von Symptomen auf eine Statusänderung hinweisen. Der Blutdruck des Patienten kann sogar niedriger als üblich sein oder neue medizinische Probleme können mit dem niedrigen Blutdruck in Wechselwirkung treten, um Symptome zu verursachen.